Was hast du in der Karriere gearbeitet? Sehr speziell, sehr speziell. Ich bin ja da in Basel geboren und aufgewachsen. Ich war neun Jahre bei FC Basel und habe so quasi meinen ersten Schritt in meiner Karriere da gemacht. Und es wird sehr speziell, wieder nach Hause zurückzukommen. Ich hatte in meiner Profi-Zeit, zweieinhalb Jahre, eine sehr schöne Zeit mit zwei Meistertiteln und einem Pokal. Und natürlich der riesen Highlight für den ganzen Basel als Stadt wie der Verein war natürlich das Weiterkommen in der Champions League, wo wir Manchester United natürlich nach Hause geschickt haben. Es waren viele Spieler, die Weltklasse waren. Delgado, die Jakin-Brüder, wo man natürlich zugeschaut hat. Natürlich ein Streller, ein Huckel, der auch in der Bundesliga gespielt hat. Also es war eine ganz geile Mannschaft damals auch.